Kabarett im Turm. Was hast du gesagt? Kabarett im Turm. Ja. Lachen über den Dächern von Wien. Bitte. Im Turm statt im Keller lachen. In ORF 3. Kabarett im Turm. In ORF 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3. Na, jetzt. Guten Abend. Herzlich willkommen im Namen von uns vier. Das wichtigste und entscheidendste gleich vorweg. Ich bin doch falsch. Ich bin kein Kabarettist. Sondern ein Witz erzähler. Und ich sehe es an ihrem Gesicht. Sie denken sich jetzt, und wo ist der Unterschied? Genau das frage ich mich seit 45 Jahren. Ja, es ist ja so. In der Wissenschaft hat man da berühmte Verfahren. Da gibt es das Ausschlussverfahren oder das Äquivalenzverfahren. Beim Ausschlussverfahren, ich habe das probiert, das geht gleich in den Ofen. Also wenn man beim Kabarett den Witz ausschließt, dann bleibt übrig der Zustandsbericht der politischen Gesellschaft Österreichs. Und der ist traurig. Wenn man aber das Äquivalenzverfahren hört, dann geht es schon sehr viel besser. Denn Kabarett und Witz baut auf Pointen und aufs Lachen. Das ist einmal fix. Die Definition des Kabarets. Kabarett hat die Motivation gesellschaftskritisch, unterhaltend und oder künstlerisch ästhetisch zu sein. Also gesellschaftskritisch, das ist jetzt nicht einmal so schwer. Das bringt man bei einem Witz auch hin. Der Zwölfjährige fragt zum Beispiel, Papa, man hört so wahnsinnig viel in letzter Zeit von Politik. Politik, 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 Politik. Was ist denn Politik? Sagt der Papa. Wie soll ich das erklären? Ich bring das Geld nach Hause. Ich bin die Wirtschaft. Die Mama bekommt mein Geld. Und die schaut, dass wir alle gleich viel von dem Geld ein bisschen abbekommen. Also die Mama ist die Regierung. Der Opa, der auch noch bei uns im Haus wohnt, der Opa ist die Gewerkschaft. Weil der schaut, dass wir uns, Papa und Mama, gut verstehen. Dann haben wir die Bochina. Die Bochina ist unsere Haushaltshilfe. Das ist die Arbeiterklasse. Du, ja, du bist das Volk. Und der kleine Maxi, der noch in den Windeln liegt mit eineinhalb Jahren, das ist die Zukunft. Hast du das jetzt verstanden? Sogar, verstanden? Ich muss selber schlafen. In der Nacht schläft der liebe Buur und hört davon, wie der kleine Maxi neben ihrem winzelt und schreit. Der steht auf, geht um zum Gitterbett, schaut rein, denkt sich, oi, oi, da ist einmal leer passiert. Aber wickeln, das tue ich nicht. Jetzt geh ich gleich um zu der Mama. Er geht um in die Mama, in so ein Schlafzimmer. Die Mama liegt alleine im Schlafzimmer, ohne Papa und schläft. Sag, Mama, 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 Mama. Die Mama tut keinen Rüren. Der geht um zur Bochina. Bei der Bochina liegt aber der Papa. im Bett. Und die sind gerade mitten dabei, sehr viel Vergnügen zu haben. Und der Opa schaut beim Fenster rein und sagt natürlich gar nichts. Der schaut nur zu. Denkt sich, ja gut, geh halt wieder schlafen. Geht schlafen. Nächsten Tag in der Früh steht er auf, sagt der Papa, und? Hast du jetzt drüber geschlafen? Weißt du jetzt, was Politik ist? Sag der Papa, ich glaube, ich hab's verstanden. Ich glaube, ich hab's wirklich verstanden. Also, die Wirtschaft missbraucht die Arbeiterklasse. Die Regierung liegt im Tiefschlaf. Das Volk schreit um Hilfe. Und die Zukunft liegt in der Scheiße. Also, das mit gesellschaftskritisch, das haut hin, nicht? Es wird natürlich ein bisschen schwerer, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, unterhaltend, komisch. Ja, unterhaltend ist ja alles, nicht? Also, unterhaltend ist zum Beispiel auch, 50 Prozent der österreichischen Maturanten halten Heraklit für einen Dämmstoff. Mhm. Gut. Ich muss mir das immer merken. Oder, was auch geht, warum weiß man, dass Rapunzel blond war? Jede andere hätte die aufgemacht. Oder, ein Herr geht zum Doktor und sagt, Herr Duchter, Herr Duchter, wir schauen mal aus, wir schauen mal aus. Sag ich, wir schauen mal aus. Wie weit sind denn Sie überhaupt? 52, 52. 52, Wahnsinn. Eigentlich für Ihre Blutwerte viel zu jung. Wissen Sie, was Sie haben? Sie haben eine Fettleber, Sie werden es nicht glauben. Sie haben eine Wohlstandsleber, der Cholesterin viel zu hoch. Sie essen wahrscheinlich gerne. Ja, ja, Schweinsbraten, Schweinsbraten. Schweinsbraten mag ich sehr gern. Und was trinkt ihr dazu? Bier, Bier zum Schweinsbraten. Immer zwei, drei Bier. Am Abend natürlich einen Rotwein, Cabernet Sauvignon mag ich sehr, sehr gern. Ein bisschen was Deftiges. Sag ich, das wundert mich nicht. So bei Ihrem Blutwerten, das ist ja ein Wahnsinn. Wie schaut's aus mit dem Sex? Sex? Sex. Einmal in zwei Monaten. Einmal in zwei Monaten. Sag ich, einmal in zwei Monaten mit 52 Jahren? Das ist ja viel zu wenig. Zweimal bis dreimal in der Woche wäre für Sie gesund. Sag ich, Moment, Moment, Sie haben gut reden. Sie sind Arzt in Töbling. Ich bin vor ein Hitzing. Am meisten haben Sie reagiert bei den zwischenmenschlichen Beziehungen. Das ist immer so. Das mit dem Heraklit und dem Philosophen von Ephesus, das können wir gleich vergessen. Aber das andere, das zieht halt. Das ist einfach so. Die Liebe ist ja das meist strapazierte Thema. Und zwar in allen Bereichen. Ganz egal, ob Kabarett, ob Witz oder Schlager. Geht nur um die Liebe. Auch in der Oper geht's nur um die Liebe. Ganz egal, welche Oper Sie sich anschauen. Ob das AIDA oder sonst was ist. Es geht immer um die Liebe. Und die Männer kennen sich aus in der Liebe. Man lernt einander kennen. Er redet und sie hört zu. Zwei Jahre später redet und sie und er hört zu. Und fünf Jahre später reden beide und die Nachbarn hören zu. Schatzi, was wünschst du von mir auf Weihnachten? Hör mal auf mit Weihnachten. Ich los mich scheiden. Sag der Bumm. Mit sowas teuren hab ich nicht gerechnet. Ja, wir sind schon wieder mittendrin im Thema. Ich sieks. Freut mich ein bisschen. Wobei, wir haben jetzt noch die dritte Kategorie der Definition ausgelassen. Künstlerisch, ästhetisch. Und das ist glaube ich schon besonders schwer. Weil ja, ich meine, was ist Kunst? Über das können wir sehr lange diskutieren. Was ist ästhetisch? Also unangefochten ästhetisch sind die Gedichte Goethes. Und der war natürlich auch ein Künstler. Und den Goethe hat man einmal gefordert. Und zwar zwei Studenten. Die haben gesagt, großer Meister. Von ihnen wird behauptet, sie können auf alles einen reinbilden. Würden sie das auch mit uns versuchen? Sagt er ja, vielleicht, wenn ich das kann. Ja gut. Die schreiben zwar Vokabeln auf. Und zwar Haustorklingel und Damenbusen. Und der Herr Goethe, der große Meister hat sich zehn Minuten zurückgezogen. Und dann trat er vor die versammelte Masse. Und hat gesagt, die Haustorklingel an der Wand, der Damenbusen in der Hand, sind beides Dinge eng verwandt. Denn, falls man zärtlich sie berührt, man oben drinnen deutlich spürt, dass unten draußen einer steht, der unduldsam um Einlass fleht. Ja, das ist Kunst. Das ist Kunst. Wobei, ich glaube schon, dass Kunst damit zu tun hat, dass man zum Beispiel in Räumen spricht, das finde ich schon sensationell. Und früher war das ja normal. Nicht? Also wir sind ja da nicht weit weg. Wir sind, also von da aus, vom Ringturm, kann man fast hinsehen in die Wachau. Nicht? Und da steht ja die Burg Ackstein. Die wem gehörte? Den Kurenringern. Die echten Raubritter. Hadmar III. Und Heinrich sind heute noch bekannt mit ihren Raubritter-Geschichten. Ja, und der Hadmar, der hat Krieg geführt gegen Friedrich II. Also nicht gegen den Kaiser von Deutschland, sondern Friedrich der Streitbare. Gegen den hat er richtig Krieg geführt. Drei Jahre lang. Und dann ist er angekommen. Und dann hat der aber noch verstanden, den Reimen zu sprechen. Das muss man sich vorstellen. Er klopft bei der Burg Ackstein. Sein Weib geht auf den Balkon, schaut hinaus und sagt. Oh, die Haare grau, das Gesicht so schmal. Ich denk, er ist nicht mein Gemahl. Worauf er rauf geschaut hat er gesagt. Der Busen hängt, der Arsch ist breit, das g'scheiter ist, wenn ich weiter reit. Deftig, aber gereimt. Das könnte man ja beibehalten. Man könnte auf alles einen Reim machen. Man könnte zum Beispiel auch die momentanen Situationen ein bisschen in den Reim kleiden. Dann wäre es vielleicht erträglicher, die momentanen Schlagzeilen. Zum Beispiel. Vampire sind, wie jeder weiß, nichts anderes als Fledermais. Sie hängen ab in düsteren Höhlen und tun sie allerhand erzählen. Einmal fragt eine, na, wie geht's? Da sagt die andere, ich hab AIDS. Ich hab mir leider gar nichts geschissen und wahllos umeinander bissen. Die erste sagt, und ich war erst ein Idiot. Ich hab mir das Blut geholt aus einem Forscher. Mir geht's deswegen für Arscher. Und weil ich geglaubt hab, dass der fit ist eh, hab ich jetzt Hepatitis C. Ein dritter meint. Mir hat's viel Ärger getroffen. Ich hab gestern bei einem Sandler g'soffen. Und das war leider gar nicht klug. Ich muss nach Kalksburg auf Entzug. Da sagt die vierte Fledermaus bei mir, da schaut's am aller schlimmsten aus. Ich bin nicht heikel, sauf einfach alles. Ich beiß auch unseren Politikern in den Hals. Ich schwör's euch, das hat gar nichts gebracht. Jetzt bin ich deppert wie die Nacht. Sie sind schlecht geworden. Natürlich, meine Damen und Herren, nachdem wir in Wien sind, haben wir uns überlegt, mit einem Wiener Lied zu beginnen. Stets meine Rösschen stolz. Hi, glings am letzten Mal ein Sag'r, wo bin und ein Haar. Dann hängst des Gescheher an Gwalt. Wart glings ein Häfter Band. Dann kommt der Rot-Schi für uns drein. Nicht mal die Batschen weg, stellts es wohl in eine Ehe, damit ist's nimmer Schnalzen her. Hängt's auch die Tür aufs Schloss, dann seht's mir endlich los, weil ich jetzt nimmer zu die Fuhrleiter geh. Die letzte Fuhr, das war kein Pfad ins Paradies, das hab ich gekommen gesehen, das war mir gewiss. Die Rosern nimmer gezogen, wie damals an einem Strand, die Huf haben gelungen, wie ein Abschiedsgesang. Sie wurden mei stolz, die Ros und a mei frei, heit rennen die Rad und Schnülle wie die Zeit. Stütz meine Ros im Schloss, heit ging's zum letzten Mal, heit sag' auf Hovern und Heit. Dann hängt's das Geschirr an die Wand, dort kriegen's ein Häuf der Wand, dann kommt ein Rutschi für uns drei. Und jetzt war die Batschen weg, stellts es wohl in eine Ehe, damit ist's nimmer Schnalzen her. Und jetzt war die Tür aufs Schloss, dann seht's mir endlich los, weil ich jetzt nimmer zu die Fuhrleiter geh. Und jetzt war die Tür aufs Schloss, dann seht's mir endlich los, weil ich jetzt nimmer zu die Wand. Und jetzt war die Tür aufs Schloss. Und jetzt war die Tür auf. Und jetzt war die Tür aufs Schloss. Diese Tür aufs Schloss. Und jetzt war die Tür aufs Schloss. Es handelt davon, wie schwer es einem fällt, sich von seiner Arbeit, die ja immerhin Beruf hat, ja was mit Berufung zu tun hat, Berufung war, einfach vorbei ist. Und dann kommen andere Dinge. Und das ist halt auch nicht so einfach, wenn man sich da auf das Leben danach vorbereiten muss. Hat vor kurzem zwei alte Männer belauscht, hat dann gesagt, Hörst, Beppe, hast du schon gehört vom Karl? Ja, hab ich gehört. Der Karl ist gestorben. Ja, der ist gestorben, aber das Begräbnis ist jetzt nicht am Mittwoch. Das Begräbnis ist erst am Samstag. Ach so, geht's ihm schon wieder besser. Oder wie zwei ältere Herren so beieinander hocken, sagt, Hörst, Beppe, da hast du ein Blausag? Ja, ein Blausag. Das ist ein Wahnsinn bei uns im Altersheim. Wo holt man sich da ein Blausag? Ja, hast du eh gesehen, wir haben einen Neuzugang, die Anni, die Anni. Hast du das gesehen, die Anni? Ja, die Anni habe ich gesehen, eine Fäsche, Witwe, eine Fäsche, 68, 69, so was. Ja, 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 68, 69 wird sein. Ja, und da hast du ein Blausag, hast du das begrabscht? Nein, nein, ich habe mich geirrt. Wo hast du dich geirrt? Ich habe auch geglaubt, die ist Witwe. Tschack, bumm. Das ist so, mit den zwischenmenschlichen Beziehungen ist so eine Geschichte, ne? Wie ein Anwalt dahinter gekommen ist, dass ihn ein Anwaltkollege gehörnt hat. Also der hat ein Verhältnis mit seiner Frau begonnen, worauf sich der Anwalt hinsetzt und schreibt. Werter Kollege, nach eindringlichen Recherchen ergibt sich für mich der zwingende Verdacht, dass Sie sich an meinem Besitz vergangen haben. Nach einer Zeugenaussage, die höchstpersönlich verifizierte, steht nun fest, das Delikt fand in einem Seehotel statt, mit Blick aufs Wasser. Weshalb wohl das Seerecht anzuwenden ist, welches besagt, wer in fremden Gewässern fischt, dem ist die Route abzunehmen. Dauert keine zehn Minuten, kommt der E-Mail zurück. Werter Kollege, der Tagbestand ist richtig, die Örtlichkeit entbehrt jeder Grundlage. Sie haben leider den Lokalaugenschein falsch vorgenommen. Es geschah im Seehotel, aber in der Suite mit Blick auf die Berge, weshalb wohl das Landrecht anzuwenden ist. Welches besagt, wer auf fremden Gütern sät, dem ist die Saat zu vergüten, die Frucht jedoch gehört dem Eigentümer. Ja, es ist so, das Schönste, was es so gibt, mit den zwischenmenschlichen Beziehungen. Wobei man sagen muss, das hat auch natürlich Nachteile, wenn man es übertreibt. Die Damen in letzter Zeit, was man sagt, die übertreiben es ja. Hat vor kurzem eine Dame zu ihrem Liebhaber und geschrien im Bett. Aus dem ersten Bett. Was hast du aus dem ersten Bett? Hörst du nicht, das Türschloss geht, mein Mann kommt nach Hause. Moment, 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 wir sind im 13. Stockwerk. Das ist jetzt nicht der Augenblick, um abergläubisch zu sein. Ich bin nicht abergläubisch, aber ich kann nicht beim 13. Stockhausen fällen. Ah, ich hab eine Idee. Ha, ich hau mich unter das Bett. Bist du wahnsinnig, da schaut er als erstes nach. Ja, dann, dann, dann gehen Kosten. Bist du wahnsinnig, da schaut er als zweites nach. Ja, um Himmels Willen, ich kann nicht in Luft auflösen, was soll ich machen? Ah, ich hab eine Idee. Wir haben so einen riesengroßen Flätzchen, so einen 16 zu 9 Bildschirm. Der, jetzt am Sonntag um halb fünf, schaut er sowieso nicht fern. Hau dich hinter den Fernseher. Der haut sich hinter den Flätzchen. In dem Moment kommt der Mann rein ins Schlafzimmer, sagt er, Schatze, was ist. Haben wir Migräne? Nein. Na, aus dem Bett. Heut spielt Rapid gegen Austria-Wien, nicht? Das Spiel schau ich mal im Fernsehen an. Deswegen bin ich früher vom Frühschoppen heim. Denkst du, oh Gott, das will, wie bring ich den vom Fernseher weg? Sag sie, Schatze, magst du auch jasen? Ja, gern. Na gut, gern schnell. Die schießt ein in die Küche, öffnet den Kühlschrank, sieht eine Flasche grünen Weltlinas, denkt sich, das ist meine Chance. Die nimmt die Flasche Weißwein in Schulterhöhe, lässt sie fallen, hinunter auf den Klinker. Aber wie es der Teufel nun eben einmal haben will, die Flasche zerbirst, nicht? Nein, springt zurück in die Hand von der Frau. Den Bumserer hat eh aus dem Kärtkampagne sag, Schatze, was ist das für ein paar Höhe? Na, wir haben eine komische Wohnung. Stell dir vor, mir rutscht der Wein aus der Hand hinunter auf unseren Klinker und ist nicht einmal kaputt. Das war auch eine komische Wohnung. Bei den Rapidl haben sie einen Verteidiger ausgeschlossen und bei uns geht er durchs Wohnzimmer raus. Das war auch eine komische Wohnung. Oh, when them cotton boys get rotten, you can't make you very much cotton. And I'm a old cotton feast back home. Stands ran out in Louisiana, just about a mile from Dixer-Canada. And I'm a old cotton feast back home. Sing it! Na, 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 na. Stands ran out in Louisiana, just about a mile from Dixer-Canada. And I'm a old cotton feast back home. Oh, when them cotton boys get rotten, you can't make you very much cotton. And I'm a old cotton feast back home. Stands ran out in Louisiana, just about a mile from Dixer-Canada. And I'm a old cotton feast back home. 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 Stands ran out in Louisiana, just about a mile from Dixer-Canada. Stands ran out in Louisiana, just about a mile from Dixer-Canada. Oh, and I'm old, come face back home, and I'm old, come face back home. Oh, and I'm old, come face back home, and I'm old, come face back home, and I'm old, come face back home. Da hat ein Herr aus Deutschland geschrieben, dem kann ich einiges abgewinnen. Es wird viel gefeiert, man geht viel weg, man gibt ein bisschen Gas, es gibt Herren, die geben zu viel Gas. Es gibt Herren, die sitzen am Abend beisammen, die haben gar keinen Durst mehr und trinken trotzdem noch weiter. Gut, das ist überhaupt ein bisschen ein anderes Verhältnis. Die Damen haben ein ganz anderes Verhältnis zum Alkohol wie die Männer. Die Damen haben ein bisschen ein gestörtes Verhältnis. Bei uns ist das ja so, der Durst ist ein Freund, ein sehr guter. Ich verstehe das nicht du mit deiner Sufferei. Jeden Samstag gehst zum Fußball, jeden Samstag hast ein Rausch. Musst du jeden Samstag ein Rausch haben. Schatze, war dir der Sonntag lieber. Was der Alkohol schon alles angeregt hat bei uns. Der Alkohol ist schuld, dass du keinen Führerschein mehr hast. Der Alkohol ist schuld, dass du keinen Beruf mehr hast. Der Alkohol ist schuld, dass du aggressiv geworden bist. So aggressiv, dass du auf die Schwiegermutter geschossen hast. Ja und der Alkohol ist schuld, dass ich sie nicht getroffen hab. Der geht am Muttertag nicht. Und es ist ja ganz klar, dass da natürlich auch ab und zu, da gibt es halt noch Probleme. Das gibt es auch. Also einer fährt zum Beispiel mit dem Auto in Schlangenlinie. Dauert nicht lang, steht der Polizist. Halt, 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 halt. Sie fahren Schlangenlinie. Schuldigung. Entschuldigung, ja. Sagst du mir einen Führerschein? Oh, er kann. Sie haben keinen Führerschein? Nein. Dann sagst du mir bitte Ihren Personalausweis? Oh, er kann. So, mach keinen Personalausweis. Das ist ja sehr gut. Keinen Führerschein, keinen Personalausweis. Dann sagen Sie mir bitte, wie Sie heißen. Derf ich nicht. Sie dürfen mir nicht sagen, wie Sie heißen. Sind Sie bei der Kriminalpolizei? Nein, bei den anonymen Alkoholikern. Der Nächste fährt in Schlangenlinie. Polizisten sagen so, halt, halt. Sie fahren in Schlangenlinie. Das kann passieren. Ja, das kann passieren, ja. Vor allem in Ihrem Zustand. Haben Sie was getrunken? Ja, verheirat. Sie haben was getrunken? Ja, natürlich. Was haben Sie getrunken? Alkohol. Alkohol. Endlich einer, der es zugibt. Alle anderen streiten es nämlich immer ab. Wie viel Alkohol haben Sie getrunken? Vier Schnapsel, noch Bier, sechs weiße Spritzer. Ein Wahnsinn, ausstrengen Blasen. Warum glauben Sie mir das nicht? Aber das gibt es natürlich auch ganz anders, nicht? Eine Polizeistreife fährt hinter einem Motorradlfahrer. Es wird auf der Kreuzung rot. Und der bleibt stehen und fällt um. Der Polizist schaut um ihn zu seinem Kollegen und sagt, aber Tschaui, den holen wir uns, ha? Sagt, nein, nein. Lass ihn nach vorn. Der hat aber was getrunken. Weiß ich nicht. Der fährt schön gerade aus. Der fährt ihm nach. Zweite Kreuzung. Rot. Der fährt wieder um. Sagt, was hat er gesagt? Der hat was gesoffen. Sagt, wieso? Schaut, der fährt so schön gerade. Er fährt total in Ordnung. Aber kaum muss er stehen bleiben vor dir um. Ja, aber der hat was getrunken. Gut, der fährt weiter. Nächste Kreuzung wieder rot. Der kugelt wieder um. Sagt, jetzt reicht's, jetzt hol ich mir einen. Der geht vier. Ich sage, Entschuldigung. Haben Sie was getrunken? Sie haben nichts getrunken. Hauchen Sie mich einmal an. Ich sage, Wahnsinn, Sie haben ja gleich nichts getrunken. Aber Sie können nicht Motorradl fahren, oder? Oh, ich kann sehr gut Motorradl fahren. Sie können gut Motorradl fahren. Sie fahren ja bei jeder Kreuzung um. Ja, das haben wir wegen der Scheidung. Sagt, aber wieso Scheidung? Haben Sie einen Schock? Nein, aber die Gütertrennung. Sie hat den Beinwand gekriegt und ist mir da dran. Also man muss sich schon immer überlegen. Man muss sich immer was überlegen. Wenn der eine zum Beispiel so in Schlangenlinie fährt, da steht der Polizist und sagt, Halt, 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 Sie fahren in Schlangenlinie. Schöne gegangen. Haben Sie was getrunken? Ja, Feuerwehr. Wo kommen Sie denn her? Feuerwehrball. Vom Feuerwehrball? Ja, Feuerwehr. Wie viel haben Sie denn trunken? Nein halbe. Nein halbe? Boah, das ist viel. Nein halbe. Aber Sie werden es mir nicht glauben. Sie sind jetzt der Erste. Ist das ein Zwölfe da, jetzt ist es zwei. Vielverkehrs nicht. Haben Sie noch weit? Nein. Nimmer weit? Nimmer weit? Nimmer weit? Ich sage, ja, wissen Sie was? Haben Sie ein Zigaretten? Ja, Feuerwehr. Dann geben Sie mir eine Zigaretten und dann lassen Sie sich heim fahren. Aber ganz langsam. Versprochen? Vers-pro-chen. Fort. Zehn Minuten spart, da steht schon wieder der Polizist da. Der bleibt wieder stehen. Ich sage, wo kommen Sie denn her? Ja, Feuerwehrball. Vom Feuerwehrball? Ja, Feuerwehr. Was haben Sie denn trunken? Nein, Feuerwehrball. Nein, Feuerwehrball. Das ist nicht wehrnig. Sie werden es mir nicht glauben. Ich bin auch bei der Feuerwehr. Und wenn Sie viel trinken, das kommt ja der Feuerwehr zugute. Das ist ja nicht so schlecht. Haben Sie noch weit? Ja. Haben Sie ein Zigaretten? Ja, Feuerwehrball. Wissen Sie was? Dann geben Sie mir ein Zigaretten und dann fahren Sie langsam heim. Aber ganz langsam. Ganz langsam. Fort. Zehn Minuten spart, da steht schon wieder der Polizist da. Der bleibt wieder stehen. Ich sage, wo kommen Sie denn her? Ja, Feuerwehrball. Vom Feuerwehrball? Ja, Feuerwehrball. Wahnsinn. Was haben Sie denn trunken? Nein, halbe. Nein, halbe. Brr. Haben Sie ein Zigaretten? Ja, Feuerwehrball. Na, geben Sie mir nur ein Zigaretten und dann schauen Sie, dass Sie aus dem Kreisverkehr rauskommen. Meine Nasen ist so rot, weil ich so blau bin. Ich trink für mein Leben gern den Wein. Und wenn ich auch vielleicht schon etwas grau bin, der Wein, der lässt mich jung und fröhlich sein. Und wenn ich nicht mit dem Flaschen bin, bin ich mit dem Flaschen anstutz, dann dringht doch gar ich so gerne den Wein. Wenn ich glückselig wandere nach Haus, dann reichen mir gleich alle ab der Sass. Ich sehe einfach nur den Grund darin, ich glaub, ich glaub, dass ich ein Stopplich bin. Mein Aserl ist so rot, weil ich so blau bin, ich denk halt für mein Leben gern den Wein. Und wenn ich auch vielleicht schon etwas grau bin, der Wein, der lässt mich jung und fröhlich sein. Und hinter meinem Naserl, dann weh am Stoß, dann lad ich ihn gleich auf dem Flasch allein. Und wenn ich mit dem Glaserl mit dem Angststoß, dann bringt doch er, wie ich so gern den Wein. Wenn ich wohin komm, schau mich alle an, ich frag mich selber, was sie sind mir dran. Ein Blick in den Spiegel bringt mich gleich darauf, mir scheint, mir scheint die voll ein bisserl auf. Mein Aserl ist so rot, weil ich so blau bin, ich denk halt für mein Leben gern den Wein. Und wenn ich auch vielleicht schon etwas grau bin, der Wein, der lässt mich jung und fröhlich sein. Und hinter meinem Naserl, dann weh am Stoß, dann lad ich ihn gleich auf dem Flasch allein. Und wenn ich mit dem Glaserl mit dem Angststoß, dann bringt doch er, wie ich so gern den Wein. Dann bringt doch er, wie ich so gern den Wein. Dann bringt doch er, wie ich so gern den Wein. So kann es einem gehen, wenn man zu viel trinkt. Und ich muss ehrlich sagen, ich genieße das total, dass ich heute so reden kann, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und Sie werden sich jetzt denken, was hat er denn in den Haaren? Wir sind doch alle der deutschen Sprache mächtig. Ja, mag schon sein, aber alle fünf Kilometer neuer Dialekt. Also wenn es in Österreich sich zu verständigen ist, nicht so einfach. Ich meine, in Deutschland geht es sehr einfach, oder? Deutschland ist eine Sprache, die jeder versteht. Ich war vor kurzem mit meinen Jungs Fußballplatz. Nehmen wir uns einen Deutscher, einen Zweiter, einen Italiener. Und der Deutsche schaut so rüber und sagt zum Italiener, aber eines kann ich sagen, Giovanni, so geht das nicht weiter. Wir sind 27 Länder in der EU, wir haben verdammt nochmal die Pflicht, alle fleißig zu sein. Aber natürlich aus Italien, Dolce Vita, Dolce Vita. Ihr seid ja nur am Feiern. Ihr müsst mal Gas geben, ihr müsst mal fleißig sein, ihr müsst mal arbeiten. Nimm dir ein Beispiel von mir. Ich bin fleißig. Gib mir 400 Tonnen Stahl, gib mir 14 Tage Zeit und ich baue dir die Titanic. So fleißig bin ich. Ah, ich bin schon wann auch fleißig. Gib mir deine Tochter, gib mir eine Woche Zeit, ich mache dir Besatzung. Das geht noch, ne? Schwieriger wird es ja schon, wenn man so... Wien geht ja auch noch recht gut. Wer in Wien noch eine saßt, in den Wiener Stephans zum Nichts an sich, außer einem Lengenschurz. Und der Dompfarrer Toni Faber kommt des Weges, tippt ihm auf die Schulter und sagt, Entschuldigung, das geht nicht. Was geht nicht? Sie können da nicht mit einem Lengenschurz hereinkommen. Warum geht das nicht? Bitte nicht böse sein. Sie befinden sich in der berühmtesten Kirche der Welt, der Wiener Stephansdom. Da zieht man sich anständig an. Der da vorne am Tabernakel hat auch noch einen Lengenschurz. Sag der, aber der ist ein Stein. Alter, was glaubst du, wo ich herkomme? Begrüße alle Gäste aus Niederösterreich. Ja, also das geht ja noch ganz gut. Nicht schwieriger wird es, wenn man in den Semmerring drüberfährt und dann ist man mittendrin, genau da, wo die Burschen daheim sind. In der Steiermark, bis der Moppet. Das ist eine andere Geschichte. Was ist denn da los? Ja, da brauchst du einen Schäferhund zum Übersetzen. Du Frauen, jetzt habe ich dir lang nichts mehr gesehen. Wo bist du denn, oder weil? Urlaub, wo war ich Urlaub? Du warst Urlaub, wo warst du Urlaub? In Tirol, im Kaunertal. In Tirol bist du super. Das ist ja schein, oder? Ja, schein, schein. Schöne Weiberleut, gescheite Weiberleut. Aber verstehen du es kein Wort. Du verstehst kein Wort. Die haben wir dir legt. Bist du, teppert. Na du, möchtest du sagen, dass die Weiberleut gescheit sind, wenn du sie nicht verstanden hast? Moment, ich bin ja super mit Zeichnen. Eingegangen in so ein Lokal, hat nichts verstanden. Aber gar nichts. Aber habe ich mir genommen den Blog, weil ich bin super mit Zeichnen. Dann habe ich aufgezeichnet, ein Glas und ein Flasch. Hat das sofort gewusst, dass ich mit ihr ein Flasch Wein trinken möchte. Ja, gut, das ist jetzt nicht so gescheit, da war ich auch noch draufgekommen. Moment, Moment. Hier habe ich mich wieder genommen den Blog, habe ich aufgezeichnet, einen Violinschlüssel und ein Paketboden. Hat das sofort gewusst, dass ich mit ihr tanzen gehen will. Ja, das ist jetzt auch noch nicht so gescheit, da war ich auch noch draufgekommen. Moment. Auf einmal nimmt ihr mein Blog, hat sie gezeichnet. Und zwar ganz einfach hat sie gezeichnet, ein Nachkastel und ein Bett. Und jetzt frage ich dich, woher war es denn, dass ich ein Tischler bin. Ein bisschen schwieriger wird es, wenn man sich Kärnten anschaut. Kärnten ist auch eine ganz wahre Sprache. Zwei Kärntner sind ein Gesundheitsverein. Zwei Holländer sind ein Stau auf der Autobahn. Ja, also zwei Kärntner haben sich getroffen. Sagt er auch nicht, du hat gesagt, Belum ist jetzt schon verheiratet. Hat er gesagt, zehn Jahre. Auch hat er gesagt, ist aber gut. Sagt er, nein, so gut ist das nicht. Mein Alter ist ja beißzungen. Auch hat er gesagt, ist aber schlecht. Sagt er, nein, so schlecht ist das nicht. Gut, gut, hat sie sehr viel. Auch hat er gesagt, ist aber gut. Sagt er, nein, so gut ist das nicht. Sie ist wahnsinnig geizig. Auch hat er gesagt, ist aber schlecht. Sagt er, nein, so schlecht ist das nicht. Weil sie geizig ist, haben wir viel Göttersport, haben wir ein großes Haus gebaut, kann ja auch drinnen wohnen. Und hat er gesagt, ist aber gut, sagt er, nein, so gut ist das nicht. Das Haus ist heute Nacht abgebrannt. Abgebrannt, das aber schlecht. Sagt er, nein, so schlecht ist das nicht. Mein Alter ist drinnen geblieben. Teufel einig. Kärntner, weißt du, das Wildnis ist aber, wenn man so drei zusammenkommen lässt. Man stellt sich vor, Südautobahn, vorn man nicht noch kannten, oder? Und auf der A2 ein Auffahrunfall. Vorne ein Deutscher, wie könnte es anders sein, mit einem Mercedes. Dahinter ein Steirer mit einem BMW. Und als letztes in den Auffahrunfall verwickelt ein Ungar mit einem Trappant. Die krochen durcheinander, eine der Teutsche aus dem Auto sagt, ja Mann, da darf doch wohl die Fasern. Knallt der mir da hinten rein, voller Programm halt ich ja im Kopf nicht aus. Guck dir mal, mein Merz, dann sieht er aus wie eine Quetschkommode, hey. Knallt der mir da unten, er bremst den Sekt, da darf doch wohl nicht wahr sein, Mensch. Ein Jahr hab ich ja arbeitet für, ein Jahr hab ich ja arbeitet für den Merz. Hinten steigt der Steirer so gut, da holst du mal gleich die Gauschen, gell. Was heißt ein Jahr schäbfen, vier Jahre schäbfen für mein BMW, vier Jahre Arbeit für mein BMW. Hinten steigt der Ungarer so grundig, vier Manni drabant, 24 Jahre Arbeit. Hinten steigt der Steirer um, sogar was kaufst du, so ein teures Auto, gell. Ja, ich seh jetzt mit der Verständigung, das haut perfekt hin. Wobei, das mit dem Deutschen geht halt echt am leichtesten. Wir haben ja mittlerweile bald einmal wieder eine Skisaison, der nächste Winter kommt bestimmt. Und wenn man dann so drin sitzt in der Gondel, da ergibt sich immer einiges Lustige. Zum Beispiel ein Tiroler und ein Steirer sind im Schrägaufzug, also in der Schrägseilbahn gesessen. Mit ihnen eine Dame aus Deutschland. Und dann beugt sich die Dame so nach vorne und sagt sie. Ach, Männer sind ja technisch begabt. Ich hätte da jetzt so eine Frage. Ich mag ja die Dinger, die da in der Luft schweben, gar nicht. Also so mit Sessellift und so, das geht bei mir gar nicht. Ich habe mir gedacht, mach mal eine sichere Aufgabe, wir gehen in die Schrägseilbahn. Jetzt sitze ich hier in dieser Gondel und habe meine Frage. Hier kann doch auch ein Seil reißen, oder? Ah, gnädige Frau. Gnädige Frau, bei uns werden die Gondeln überprüft. Alle 14 Tage kämpfe ich kommissionelle Prüfung. Also da brauchen Sie keine Angst, da kann überhaupt nichts passieren. Das Zugseil reißt nicht. Ah, nein, Sie sind mir vielleicht so ein Kluger, ja? Aber das könnte ja sein, dass das Seil reißt. Was ist dann? Mei, gnädige Frau. Gnädige Frau, dann haben wir ein Reserveseil. Das Reserveseil läuft leer mit, aber sollte das Hauptzugseil reißen, haben wir ein Reserveseil. Na gut, na gut, na gut. Also ja, ich kenne ja die Typen da hier in Tirol, die haben ja immer jede Menge Geschächteln zum Erzählen. Sie können mir viel erzählen. Aber es kann doch theoretisch auch der Reserveseil reißen. Und warte, dann? Mei, gnädige Frau. Wir haben, das haben Sie vielleicht gesehen, da vorne einen Waggonführer drinnen. Da gibt es eine Person, die fährt mit und die Person schaut, dass alles funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, dann zieht der sofort die Handbremse. Eine mechanische Handbremse, da kann gar nichts passieren. Na ja, jetzt Moment mal, da kann gar nichts passieren. Der kann ja mal nicht aufpassen. Gnädige Frau. Ich sag Ihnen was, der passt auf. Der wird ja für das Zort, dass er aufpasst. Na aber warte erst, wenn der geschlafen hat. Und dann sind wir schon rückwärts unterwegs. Und dann krachen wir in die Remise mit einer Bombe. Na, na, na. Gnädige Frau. Dann haben wir die hydraulisch-mechanische Bremse. Und zwar haben wir da Nuppen, die sind in den Gleisen drinnen. Wenn der Waggon sich rückwärts in Bewegung setzen sollte, bei spätestens 8 kmh, fahren den Nuppen aus dem Gleis aus. Und dann wird der Zug gestoppt. Ja, Moment mal, Sie können mir auch viel erzählen. Ja, ich hab das schon mal mal sehen bei meiner Oma. Ja, die hat den festen Gebiss. Und irgendwann fliegen die Zähne raus. So tap, 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 tap. Dat könnte sein. Was ist, wenn die Zähne rausfliegen? Sag, ja, wie ist denn sowas? Dann, dann können Sie mich am Arschlecken. Sagt der Mann dem bei der Steirer, mir hätt sich schon beim Reißerfüßel um Arschlecken können. Gut. Damit sind wir beim nächsten Thema. Und zwar bei der Liebe. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 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 Stand by me So darling, darling Stand by me Stand by me Just as long As you stand Stand by me Whenever you're in trouble You can stand by me Stand by me Just as long As you stand Stand by me Just as long As you stand Stand by me Just as long As you stand Stand by me Ich finde es ja ganz, ganz gut, dass man dazwischen ab und zu, man kann nicht nur lachen, dass man ein bisschen Musik macht. Und zwar einfach Musik, die ein bisschen zu dem passt, was man gerade an Pointy gesetzt hat. Das war jetzt ein relativ moderner Titel, finde ich. Was es den gegeben hat, hat keiner noch von einem Handy geredet. Heute hat man Stemper Me am Handy, wenn die Frau anruft. Oder wenn man selbst die Frau anruft. Ganz wichtig. Sie können sich jetzt denken über Handys, was Sie wollen. Manche sagen, ich brauche überhaupt nicht, manche schimpfen drüber. Wer braucht schon ein Smartphone? Ich mache ganz gerne. Und zwar aus dem einfachen Grund, ich habe heute schon meiner Frau eine SMS geschrieben. Lieber Schatz, gehe nach dem Kabarett im Turm mit meinen Jungs noch auf ein Bier. Bin dann in einer Stunde zu Hause. Sollte ich in einer Stunde nicht zu Hause sein, bitte noch einmal lesen. Das ist schon fein, gell? Man kommt nie mehr zu spät. Übrigens, man sollte ein bisschen aufpassen. Man hat ja mittlerweile bei den Handys alle möglichen Features. Man kann zum Beispiel mit dem Handy reden. Das kann man mittlerweile zu Hause schon. Alexa, spiel mir da dort. Und dann kommt der Schwiegervater bei dir. Also, das ist ein Wahnsinn. Und diese Mikrofone sind ja immer online. Das sollte man sich ein bisschen überlegen, wenn man sie eingeschaltet hat. Man kann ab und zu einfach gerade das Kabel ziehen. Das empfiehlt sich. Sonst ist es so, kein Witz. Mittlerweile nach einer ganz, ganz groß angelegten Studie mit über 10.000 Probanden hat man herausgefunden, wenn jemand bei seinem Facebook-Account 300 Mal gefällt mir drückt, dann gewinnt Facebook jeden Übereinstimmungstest gegen den Ehepartner oder Lebenspartner. Unfassbar, oder? Weil wenn ich beim Dirndl drücke, gefällt mir, weiß ich, aha, dem gefällt der Dirndl. Wenn ich bei Rot gefällt mir nicht drücke, weiß ich, aha, rote Dirndl mag er nicht. Also, man weiß da schon sehr viel und mit Algorithmus kann man das alles wunderschön verbinden und dann kommt alle Hand raus. Also, passen Sie ein bisschen auf, wenn Sie das Handy online haben. Schalten Sie es einem aus oder lassen Sie es überhaupt im Auto. Das ist ab und zu gar kein so ein Fehler. Ich hatte vor kurzem einer. Hallo, bin ich da bei Pizzaservice? Es tut mir leid, Sie sind bei Google Service. Bei Google Service? Entschuldigung, da habe ich mich verwählt. Nein, wir haben die Nummer gekauft. Sie haben die Nummer gekauft? Ja, wollen Sie eine Pizza? Ja, gern. Ich möchte gerne eine Pizza. Wollen Sie das Übliche? Moment einmal, woher wissen Sie, was ich immer für Pizza bestellt habe? Ganz einfach, wir haben auch die Registrierkasse gekauft. Ganz einfach, Sie haben immer eine Capriciose genommen mit dreifach Portion Salami. Ja, genau, genau, das möchte ich. Bitte schnell liefern. Ich würde Ihnen eine Salatpizza empfehlen. Salatpizza? Wissen Sie, was das können Sie sagen? Das können Sie sich sparen. Salat, Salat mag ich überhaupt nicht. Bei Ihrem Cholesterinspiegel? Moment einmal, woher wissen Sie meinen Cholesterinspiegel? Sie haben ja, Elga, die grüne Karte. Die haben Sie bei Ihnen in der Geldtasche, wir haben das natürlich auch gekauft. Sie wissen, mein Cholesterinspiegel, der ist aber jetzt nicht schlecht. Aber wissen Sie was? Ich nehme meine Medikamente. Ja, aber nicht pünktlich. Bitte was? Woher wissen Sie, ob das pünktlich nicht mehr da ist? Sie müssten schon längst eine neue Packung gekauft haben. Moment einmal, ich habe eine neue Packung. Das geht aus Ihrer Kreditkartenabrechnung nicht hervor. Haha, die haben Sie eine Ahnung. Ich habe die Bar bezahlt. Aha, Sie haben Schwarzgeld. Wissen Sie was? Jetzt reicht es mir aber. Wissen Sie was? Ich schmeiß das Klumpert über die Häuser. Ich hau das in die Donau. Ich brauche kein Google, ich brauche kein Facebook, kein Warnsehme. Ich brauche gar nichts. Haha, wissen Sie, was ich mache? Haha, wissen Sie, was ich mache? Ich fahre auf Urlaub. Können Sie nicht. Warum kann ich nicht auf Urlaub wohnen? Ihr Bass ist seit vier Jahren abgelaufen. Also passen Sie ein bisschen auf. Du kannst es nicht zu sehr strapazieren. So wie die Jugend zum Beispiel, die ist ja nur am Wischen. Die wischt und wischt und wischt. Ja? Und da geht es zum Geistel in den kleinen Maxi, der nicht mehr aufkommt an Wischen. Und der Papa sagt nachher, Max, wenn du das jetzt nicht lässt, dann nehme ich dir das Handy ab. Aber so, dass es richtig wehtut. Ist das okay? Sag ich, Papa, ich probiere nur das neue Lügendetektor-App aus. Bitte was für eine App? Das Lügendetektor-App. Ich habe überhaupt noch nicht gehört. Wie soll das funktionieren? Ganz einfach, Papa. Ich stelle dir eine Frage. Du beantwortest sie nehmen wir einmal an falsch. Dann bekommst du von meinem Handy einen Stromstoß. Sag ich, das gibt es ja gar nicht, aber das probieren wir gleich aus. Max, wo warst du heute Vormittag? In der Schule. Patsch, hat er schon nicht gehabt. Also nicht in der Schule. Du hast gelogen. Wahnsinn, das funktioniert. Wo warst du wirklich? Papa? Papa, ich war im Kino. Im Kino? Du warst im Kino. An einem Vormittag, was schaut man sich da an? Einen Heimatfilm. Patsch, hat er schon wieder angehabt. Dann gesagt, wieder gelogen. Also auch keinen Heimatfilm. Was hast du dir wirklich angesehen, Papa, wenn ich ganz ehrlich bin? Wenn ich ganz ehrlich bin, einen Sexfilm. Einen Sexfilm. Du mit deinem Alter. Da habe ich nicht einmal gewusst, dass es solche Filme gibt. Patsch, hat der Papa angehabt. Die Mama steht da, verschränkt die Hände, lächelt, sagt sie. Haha, dein Sohn. Patsch, hat die Mama angehabt. Dankeschön. Wir haben mit einem Wiener Lied begonnen. Wir werden mit einem Wiener Lied aufhören. Und zwar mit wohl dem schönsten Wiener Lied, das es überhaupt gibt. Es ist ein ganz, ganz trauriges Wiener Lied. Und daher haben wir uns gedacht, wir machen einen Rock'n'Roll draus. Weil sonst seid ihr einfach dann zu traurig. Das Lied heißt ganz einfach, kennt jeder. Der Herrgott aus Stahn. Aber wie gesagt, der Rhythmus, der ist neu. Dein Erländer Lied ist neu. Ins Klang kann's verstärkt sein, er zieht ein Berat. Er geht ein Stein so verlassen. In oben entdeckt und als Kind versteht, mein Kittrirl und meine Stuhl. Denn die Grässen vom Wohlen auf die Stuhl mit den Noen, auch des Kittrirl des Hells magst du he. Er geht ein Stein, du nur allein, du warst mein einziger Trost. Er hat mich als Bierwahl verstanden. Er hat mich als Bierwahl verstanden. Er hat mich als Besitz immer beschützt, bist du wie ein Freitag vorgestanden. Oft hab ich gewann, mich an die Glan, den Kindersorden sind groß. Er geht ein Stein, du nur allein, du warst mein einziger Trost. Das ist schon lang her, und vor dem Haar steht nichts mehr, und der Unterkring hat sich gefeindet. Heut wird überall gebaut, und als Ode sind gekaut, auch die Menschen, sie haben sich gefeindet. Ich fahr öfters noch raus, denn mein Mutter wohnt drast, und wie er eher so hingeht zu ihr. Da liegt uns verlassen, zerschlagen auf der Strasse, mein Stein, ein Ehrgott vor mir. Ehrgott als Stein, ich glaub mir zwei, haben uns noch rechtzeitig gefunden. Hust mein Besitz immer beschützt, drum bin ich als freien Tier verbunden. Ich trug nie heim und bieg die zusammen, sind deine Schmerzen auch groß. Ehrgott als Stein, du nur allein, du warst mein einziger Trost. Ehrgott als Stein, du nur allein, du warst mein einziger Trost. Wenn ich mich jetzt im Kniederduck erscheint hinter mir ganz groß, unser cooler Drammer, Wilmann Muck. Neben mir sitzt ein echtes Ass, keiner spielt so wie er den Bass. Martin Reutmann. Und gleich rechts von mir der nächste Star, unser Mandi Oberle auf seiner Stromgitarre. Ich glaub, g'sagt hab ich jetzt alles. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen, Harry mit seinen Fabulous Boys. Da darf man alle mit singen. A Fredo, kapno, macht ihre Tischi. A Fredo, kapno, auf mein Auto. Und dann weggebe ich mich. Noch stufe ein Toil, oder noch zelabseh. Wenn dort auf die Berge oben hat's immer den Leib und den Schnee. Weil wir wollen Skifahren. Skifahren. Oh, oh, Skifahren. Aber Skifahren ist das Lammelste, wo's mir sind, der früchte Tag. Ich bin der erste, der, wo's auf Fülle fahrt. Da bin ich nicht so lang aufs Fülle fahrt. Und um auf der Hülle kauf immer ein Jagertee. Weil so ein Tee macht den Schnee so richtig schön. Weil wir wollen nicht so lang aufs Fülle fahrt. Und Skifahren, 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 Skifahren. Der Skifahren ist das Flemmenste, was mir Sinn aufwischen kann. Und wenn der Schnee startet, und wenn es unschönt, Dann habe ich alles Glück in mir vereint. Ich stehe am Gipfel, schau an, wenn's toll ist. Und jeder ist gut wie und jeder fühlt sich wohl und fühlt nur Skifahren. Skifahren, Skifahren, Skifahren. Oh, Skifahren, Skifahren, Skifahren. Am Sonntag aufs No. Me tue rette Ski auf me Otter. Aber da nimmer kommt's ned. Ich schau' noch einmal offen. Oh, denk mir aber wo. Ich boh' noch nicht zu, als ich bleib am Montag auch noch da. Skifahren. Skifahren. Oh, 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 Skifahren. Wer schiebohren ist das Flemmenste, wo's mir Sinn erfüchten kann. Schiebohren, 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 Schiebohren. Wer schiebohren ist das Flemmenste, wo's mir Sinn erfüchten. Dankeschön, Kahn. Gut, einen Schlusswitz. Muss immer geben, oder? Eine Dame kommt nach Zürich und zwar hat sie den Urlaub gewonnen. 14 Tage. Lachen am Zürichsee. Und weil sie gehört hat, dass das ziemlich teuer ist, hat sie gleich nach drei Nächten probiert zu bezahlen. Hinten hat sie gesagt, Entschuldigung, kann ich bitte gleich bezahlen? Ja, gnädige Frau, Sie kommen aus Österreich. Wollen Sie einen Euro bezahlen? Ja, wenn geht bitte einen Euro. Eine Nachtzimmer mit Frühstück, was macht das aus? Ja, gnädige Frau, eine Nachtzimmer mit Frühstück und Lachen am Zürichsee. 400 Euro. Ah, 400 Euro, sag einmal. Sind Sie wahnsinnig. Wieso so teuer? Ja, gnädige Frau, Sie hatten ja ein Zimmer mit Blick auf den Zürichsee. Ja, mit Blick auf den Zürichsee. Wir sind gestern mit dem Autobus um 23 Uhr angekommen. Da interessiert mich kein Zimmer. Ich habe kein einziges Mal hinausgeschaut. Ja, gnädige Frau, aber können hätten Sie, können hätten Sie. Und wenn ich so weiter sehe, Sie hatten sogar ein Zimmer mit eigener Bar. Ja, mit einer Bar. Als ob ich mit 67 Jahren noch an die Bar gehen würde. Ich habe keinen Tropfen aus der Zimmerbar genommen. Ja, gnädige Frau, aber können hätten Sie, können hätten Sie. Und Sie hatten auch ein Zimmer mit Dusche. Ja, mit Dusche. Wir sind vier Stunden mit dem Bus angereist. Wissen Sie, wie ich müde wohl? Ich bin sofort ins Bett. Ich habe nicht einen Tropfen Wasser verbraucht. Ja, gnädige Frau, aber können hätten Sie, können hätten Sie. Wissen Sie was, Herr Ober? Sie bekommen jetzt von mir 100 Euro und den Rest ziehe ich ab für sexuelle Belästigung. Gnädige Frau, es hat sich doch niemand sexuell belästigt. Ja, aber können hätten Sie, können nicht. Ja. W´s kam, in der mornin' lighten, I pull on my jeansz and I feel alright. I pull my blue jeansz on, I pull my old jeansz on. I pull my blue jeansz on, I pull my old jeansz on. It's the weekend, and I know that you're free, so pull on your jeans, come on out, it's me, I need to have you near me, I need to feel you close to me, I need to have you near me, I need to feel you close to me. You and me will go moly by crying, and the sun will win, and the rain, I got money in my pocket, got a tiger in my tank, and I'm king of the road again. I meet you in a usual place, I don't need a thing such a free face, I pull my blue jeans on, I pull my old blue jeans on, I pull my blue jeans on, I pull my old blue jeans on. You and me will go motorbike riding, and the sun will win, and the rain, I got money in my pocket, got a tiger in my tank, and I'm king of the road again. I meet you in a usual place, I don't need a thing such a free face, I need to have you near me, I need to feel you close to me, I need to have you near me, I need to feel you close to me. You and me will go motorbike riding, and the sun will win, and the rain, I got money in my pocket, got a tiger in my tank, and I'm king of the road again. I meet you in a usual place, I don't need a thing such a free face, I pull my blue jeans on, I pull my old blue jeans on, I pull my old blue jeans on, I pull my old blue jeans on. Das war ein ganz großartiges Publikum, vielen Dankeschön. Danke, danke.